Weiter geht's mit Black Mesa und ich hab mich mal eben hierhin geteleportet, weil ich scheinbar rausgekommen habe, wo mein Fehler lag. Und ich hab einfach mal hier das Ding weggehauen und... OP-Dingin hier kann fliegen. Mal gucken, ob ich's wirklich hingekriegt habe. Jep. Sieht so aus. Sieht wirklich so aus, als hätte ich den Bogen so langsam raus. Ich hab mir gesagt, wenn ich das jetzt nicht bald hinkriege, dann ist hier Sense mit dem Projekt. Gut für euch, dass ich's hinbekommen habe. Weil ansonsten ist das Projekt ja das Spiel richtig schön. Ah, diese Jump-and-Run-Stuff-Stuff hier. Das hätte wirklich nichts sein müssen. Just a bit worried. Ich hab einfach nur Angst, dass das das triggern könnte. Oh. Nix da. Nix gibt. So. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Oh. Dammit! I forgot. Ich hab's schon vergessen, ey. Ganz ehrlich, wo muss ich eigentlich hin? Ich hab ja keinen Plan, wo ich eigentlich hin muss. Fällt mir mal so eben ein. Ich hab keinen fucking Plan, wo ich eigentlich hin muss. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ne, da kann ich nix machen. Und Tatsache, das Ding lässt es hochgehen. Lol. Haben wir die Bestätigung auch mal. haben wir die bestätigung auch schon mal ja ich nehme den umständlichen weg mal gucken ah das hier doch die scheint nicht begehbar zu sein einfach mal so ein bisschen possibilities auschecken ist hier ich glaube ich weiß wo ich hin soll da war ja noch was ich habe betrachtet dass ich nur so wenig Anlauf habe naja, here goes nothing was zum Miep am Ähhhhhm. Äääääh. Ähhhhhhhhh. Ähhhhh. What? Was zur Hölle? Hinten wir ernsthaft? Was. Zum. Fuck. Ist. Das. Will ich es überhaupt wissen? Ach, das ist so eine Infinite-Waffe? LOL. Das ist eine Unendlich-Schuss-Waffe? Oh. Wie. Geil. Oh. Wie. Fucking. Awesome! Willst du mitkommen? Du hast ein Revo. Revo ist mir immer sympathisch. Okay. Du kannst keine Kisten kaputt machen. Oh. Eine Rakete. Mehr von denen. Neben. Auch eine Rakete. Ein Turret. Ich mag keine Turrets. Schon okay. Ich bin gerade wieder mittendrin. Und die Waffe ist irgendwo? Cool. Unkonventionell und creepy, aber cool. Oh. Oh. Waffenkammer. Waffenkammer. Nice. Alter Junge. Was machst du auch? Wann bist du auch vorausgelaufen, Junge? Warum bist du vorausgelaufen? Ich wollte mich um das Teil kümmern, aber nein, du musst hier vorauslaufen und das ganze Feuer auf dich ziehen. Da. Wir haben ein Leben. Okay. 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 Das ist nicht der Grund für den Absatz. Das ist nicht der Grund für den Angen. Das ist ein Leben. Oh. 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 Bleib doch aus dem Schuss raus! Junge, ey! Du stellst dich an! Ganz ernsthaft! Ja, da werden wir uns gleich nochmal drüber überhalten. Hier, von wegen Sector Secure und so. Da werden wir uns gleich nochmal privat drüber unterhalten. Was man unter gesichert versteht. Ja, das werden wir noch sehen. Sobald ich dich gefunden habe, werden wir uns selber mal unterhalten. Gucken, hier ist zu, da komme ich nicht rein. Da ist rot, Tür zu, rot. Hm. Soll ich. Heads up! Ja, natürlich. Schon wieder ein Sniper. Junge, ihr geht mir auf die Nerven. Du hast mich! Autsch! Mann, ich hab kaum noch... Oh, du hast meinen Kumpel getötet. Jetzt werdet ihr dafür alle büßen müssen. Hm, ich mache so einen viel Schuss... ...als Zweitwaffe. Ach, ich nehme mal die Waffe als Zweitwaffe. Eieiei. Ich hab mich da aber ganz schön bekommen, ey. Das hat ganz schön wehgetan. 15% Power 30% Das hat mir ganz schön geschadet. Okay. Ah. Hm, du hast es hinter dir. Okay. Also wenn ich nicht hier hin sollte. Woran soll ich dann? Ah. Das sieht doch schon... ... eher aus. Ja. Ja. Ah, okay. Well, from the looks of it, you got knife for the finer things in life. Check this out. Open sesame. Motherlode. What can I say? I got expensive taste. Ach, du Scheiße! Einmal alles voll, bitte! Einmal alles voll machen, bitte! Alter! Einmal alles voll! Oh, Baby! Ach, du Heiligen! Einmal alles voll! Halleluja! Und sogar noch Shield. Okay. Ich bin bereit für alles, was ihr mir entgegenschmeißt. Ganz ernsthaft. Ich bin bereit für alles. Ich bin sowas von bereit dafür. Ne, da komm ich nicht rein. Da auch Luft. Momentchen mal. Ah. Ja, ich hätte von da oben kommen sollen. Na. Und. Ja, sollst du sehen. Genau. Genau hier. Und dann da hoch. Und dann hier hoch. Und weiter hoch. Und jetzt gibt's gleich Party hier. So viel sicher. Hier gibt's gleich ne Party. Früher oder später gibt's hier Party. Wow. Wohl doch eher später als früher. Wird schon richtig sein hier, oder? Hallo? Oh, bitte! Ihr habt Granaten. Hab ich auch. Ja. Oh, bitte! Ich bin nicht zufrieden, dass ich gleich von hinten... Jemand... Dass rin gleich jemand kommt. Nur so ein Gefühl. Das mag ich nicht. Wo bist du, Mr. Tired of playing games? Show yourself! Okay, Mission Zero-Niner. Ich hab das Gefühl, die sind hier drüben. Haha! Wo ist die's doch? Ich wusste, die sind hier irgendwo in der Nähe. Ich hatte's im Gefühl, dass die in der Nähe sind. Allein schon, weil die so laut waren. Das war ein ziemlich guter Indikator. Naja. Bin ich halt wieder hier unten. Boah, was heißt wieder? War ja noch nicht hier unten. Uh, Leben. Okay, da geht's nicht zurück. Dann muss ich wieder hier zurück. Okay. Okay. Na, komm schon, Gordon. Oh. Ist nur wieder Zeit. Das heißt, wir werden... ...das nächste Mal mehr von dieser Ruine... ...sehen. Und was sonst noch hier alles auf uns entgegengeschmissen wird. Ja, ich glaub, das war gar nicht gerade geringfügig falsch. Aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Bis dahin. Siehe, Leute. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.